Beeindruckende Bauchmuskeln hast du da, Wolke Hegenbart! Die Schauspielerin zeigt sich auf Instagram nur im Bikini mit ihrem beeindruckenden After-Baby-Body in einem Pool. Aktuell genießt die 39-Jährige ihren Urlaub in Südafrika. Den hat sie sich auch redlich verdient, weil neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin seit letztem Herbst auch noch eine sehr fordernde Aufgabe dazugekommen ist. Im September 2019 kommt ihr kleines Söhnchen auf die Welt. Die schöne Blondine und ihr Freund Oliver White schweben im Elternglück. Die beiden sind seit Sommer 2015 ein Paar. Wolke ist, wie ihre Instagram-Posts verraten, schon immer sehr sportbegeistert. Sich einen Sixpack anzutrainieren, ist aber auch für sie harte Arbeit. Vier Monate nach einer Geburt schon wieder einen stählernen Körper zu haben, ist fast unmöglich. Doch genau das hat die 39-Jährige geschafft. Statt der After-Baby-Punde kann man jeden ihrer Bauchmuskeln einzeln zählen. Mit ihrem hinreißenden Baby und diesem sexy Körper ist es kein Wunder, dass sie hier über beide Ohren strahlt.